hey freunde des internets und willkommen zu wasser schon wieder montag ist ein falsches format freunde willkommen bei den game buddies schön dass ihr wieder da seid heute jagen haben wir wieder die gold dublonen finde ich richtig geil ich will dieses sanitarium aber sie aber wenn man dann den bombardierer überzeugt hat ist das eigentlich ganz nice ja eine kleine einspieler runde das ist jetzt wieder gegen krisplasher spielte auch neuen charakter die wallah die gefällt mir auch ganz gut mit den renner nicht so ganz vermisst dachte ich mir hey komme ich nehme ihn er spielt hier auf bambus spät so auf bambus vielleicht aber heute klappt der internet viel besser bei diablo 3 hat es gut geklappt diablo 3 leute falls es euch noch nicht angesehen habt ich erstelle meistens immer so playlisten wie die formate die wir raushauen richtig viele da kann man sich vielleicht mal verirren wir haben ja hunger games so rumsplaschen dann noch skyblocks hier heroes of the storm two builds one cup halt unsere ganzen formate nee jetzt sind wir beide assassine geben wir also noch getrennt oder ich sehe das hier unsere wikinger plus 100 gold kommen unbedingt zusammen auf eine linie und lassen mich hier alleine was du hier gesagt hast der schatz kohlen bringt nur einmal am tag 100 gold für die quest meinst du ja ja post heute bin ich nicht so verpeilt ist heute habe ich auch ein bisschen mehr gespielt wir wahrscheinlich sehen könnte ich bin schon level 12 ja das auch im echten lebt 12 ganz genau falls ihr den jammer treffen wollt einfach bei knuddelt tobias 13 das ist das hatte ich letztens in der clash of clans vielleicht kennt ein paar leute von euch hier die geile app bin ich in so einen neuen clan reingekommen warum legt es gerade rum alter also nicht wer ist flüssig und dann wurde direkt zu gefragte oder wie alt bist du ja 18 und hier so jala war kein bis bestimmt erst 13 und so das ist schon was ich weiß nicht die 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 haben mir das echt nicht abgekauft und haben dann das robe so behindert rumgesplasht dass ich dann aus dem clan wieder rausgegangen bin so als ob es voll das ereignis wäre wenn man volljährig ist so von wegen das glaube ich denen jetzt nicht keiner der clash of clans spielt ist über 13 genau aber direkt dieses lava keine scheiße als ob du 18 bis zum so voll was besonderes wäre alter heute bin ich aber richtig schlecht gerade noch gesagt ja wenn ich nicht verpeilt freuen ja nicht verpeilt aber schlecht ich habe schon kill gemacht ja aber ich hier oben sind zwei und ich war alleine jetzt kommt er auf einmal jemand hierher der mir vielleicht hilft damit wir das geld für die heutige folge immer wieder rein bekommen ich trinke gerade mix mir diese dieses format ja mit geld unterstützen trinkst du dein mixery aus ein cola glas nein ich trinke mein mixery gerade nicht aus einem coca cola glas sondern ich trinke gerade mein mixery aus einem döschen von mixery cool mixery mixery schleich werbung geld machen cash kasse klingeln lassen prostituierte töten was ist nicht toll nein das ist lustig Das ist nicht lustig, sondern funny. Haha. Gleich Werbung. Hello, Sprite. Hello, Sprite. Am liebsten würde ich diese Werbung immer ankotzen, Alter. Ankotzen? Wirklich. Von wegen zu, diesen Werbefuzzis gehen und einfach so, brr. Ihr seid scheiße. Einfach so, brr. Hello, Sprite. Sag, hello, Sprite, brr. Direkt. Say hello, Sprite. Okay, jetzt reicht das aber auch schon wieder. Ja, wenn man einmal damit angefangen hat, kennst du das nicht? Ja, ich krieg das auch nicht aus dem Kopf jetzt. Ist wie Two Girls One Cup, wenn man es das erste Mal gesehen hat. Also einfach die ganze Zeit diese epische Melodie im Hintergrund. Dieses... Und man denkt sich so, oh Gott, bitte nicht. Geh aus meinem Kopf raus. Ja, und auf das Thema wollen wir uns jetzt auch nicht versteifen. Hä, steifen, hä? Ein Wortwitz. Ich habe noch keinen Kill gemacht. Kann das sein. Ja, ist das denn möglich? Ja. Oh, ich kümmere mich gar nicht um die Truhen und so. Ist mir gerade auch zum ersten Mal aufgefallen, als sie wieder angegangen ist. Und Nächster Kale. Zwei Münzen. Drei Münzen. Vier Münzen. Ich glaube, wir haben es jetzt noch wieder. Nee. Uns fehlt noch vier Münzen. Eine. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-boom. Boom, shakalaka-boom. Natürlich wird oben die Lane zugebombt. Meine, ne? Ja, geil. Ich könnte hier oben auch mal Hilfe gebrauchen. Ja, da kommt auch jemand. Ich bin unten alone. Sonst würde ich... ...kommänen. Ich komme, ich komme, ich bin gekommen. Ja, geil. Das ist schön, Harold. Na, woher ist das? Kennst du's? Ja, klar. Aber ich weiß gerade nicht, woher... Von... Von... Von Family Guy. Und Harold? War das aus Family Guy? Ja. Das ist schön, Harold. So, wenn ich jetzt Glück habe, stirbt Teiches. Wenn ich Glück habe, sterbe ich nicht. Das ist natürlich auch was, ne? Mein Pferd machen. Hö, Pferd machen. Hö, Pferd macht mu. Pferd macht mu. Woher kommt mehr Müll? Wie macht das Schaf? Mein Spiel hat sich jetzt aufgehängt. Schon wieder? Ja, da steht, du hast das Spiel verlassen. Oh Gott, jetzt fangen die Probleme wieder an. Eigentlich habe ich gerade nur gedisconnected, weil ich nicht wusste, wie das Schaf macht und wollte es dann überspielen. Damit jemanden auffällt, dass ich nicht weiß, wie das Schaf macht. Und wie macht das Schaf? Nein, das macht... Macht so das Schaf? Nein. Ach, verdammt, das wusste ich. Oder welche Farbe hat das rote Feuerwehrauto? Ah, ich habe es genau vor meinen Augen. Dieses rote Feuerwehrauto. Welche Farbe hat dieses rote Feuerwehrauto? Ich kann es genau vor meinen Augen sehen. Dieses rote... Gelb? War das gelb? Oh, scheiß wieder der Tod. 0 zu 3, ich bin so schlecht. Soll ich noch eine Duplone kommen? Hä? Soll ich noch zu dir kommen? Ich komme eigentlich ganz gut klar. Na, und ich will mit dir rumsplashen. Ja, geil. Dann kommen morgen. Ist mir scheißegal, die obere Lane kann mich immer am Arsch kratzen. Oh, okay. Das macht ihr bestimmt. Gib die eine Duplone ab. Ja, okay. Das ist genau die fehlen, ne? Ja. Ich habe hier gerade eine Kiste. Ich ballere die gerade an. Ich komme auch zu dir. Aber da kommen ganz viele Leute, ne? Ich habe jetzt hier so schnell die Kiste angegriffen, damit die Gegners das nicht bekommen. So. Jetzt bringen wir mal ein bisschen Schwung in die Kiste, ne? Kiste, Kiste, Schwung, Kiste. Na, wer kennt's, Freunde? Wer kennt's, Freunde? Schwung in die Kiste. Ich habe Astronomie-Studie ab. Ich werde Astronaut. Genau. Komm, jetzt fickt mir die hier, aber richtig Hardcore. Ich war richtig überrascht, dass wirklich Leute Kommentare geschrieben haben, teilweise, ne? Ich dachte so, wir haben unseren einzigen griechischen Fan jetzt so verärgert und so, ne? Nein! Oh, ja, ich habe einen getötet. Und bist gestorben dabei. Aber ich habe die richtig gefickt, Arme nach Polen. Ich habe dich gerecht. Jetzt habe ich ja schon zwei Kills. So, ich habe fünf Münzen und schon wieder, ey. Geht ja fix. Illy dann auch. Dann fehlen nur noch zwei Münzen. Die dürfen wir eigentlich dann gleich auch sofort haben. Ja, das läuft, 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 läuft. Dann lass mal ein paar Camps machen. Welche? Das hier oben, wo ich hinlaufe. Das ist gleich da. Markier doch auf der Map. Äh, wie macht man das? V? Geh und dann... Okay, ich bin unterwegs. Ah, ich habe Rückzug gemacht. Aber das können die Feinde nicht sehen, ne? Ne, ne, nur unser Team. Nur die geilen Leute. On the right side of life. Nein. Wusstest du eigentlich, was ich mit Hobby habe? Ey. Was? Mein Laptop ist schon wieder ausgegangen. Wusstest du, dass ich ein sehr interessantes Hobby habe? Welches denn? Ich sammle Dosen. So Mixed-Dosen und Energy-Dosen oder was? Ja, aber nicht doppelte. Ich habe schon über 150 verschiedene. Warum macht das jeder? Hier, das haben wir irgendwie Monster in der Dosen und sowas. Aber ich sammle nicht nur Monster. Also ich habe keine doppelt. Über 100 verschiedene. Cool, oder? 100 verschiedene? Ja, 100. Wie machen wir das jetzt mit der Aufnahme? Ah, und du kommst da gleich sicherlich wieder. Dein Botrennen. Ach, ich will das einfach so weiterlaufen lassen. Ja, dein Bot rennt immer noch mit mir rum. Das ist so geil. Der mag mich. Der krasse Eier, der macht einfach so mit. Ah, Laptop fährt wieder hoch, Freunde. Der hat nämlich diese unglaubliche Begabung, dass er trotz Lüfter einfach überhitzt. Der geile Typ. Das passiert manchmal. Das ist bei Diablo auch passiert, da muss man auch einen kleinen Cut reinmachen. Ah, ich bin gestorben. Lebe ich noch? Ja. Ich hatte irgendwie 4-0 oder so. Jetzt hast du 5-0. Ich hoffe, dass er jetzt nicht so 1000 Programme startet. Sonst bin ich erst im nächsten Part wieder dabei. Und ich am Splashen hier. Warum verhitzt eigentlich dein Laptop? Ich verstehe das nicht. Weiß ich auch nicht. Können wir mal Offstream rüberlapern, ey? Ja. Offstream. So behind der Aufnahme wird unser einer griechischer Fan nicht belästigt wird. Ach was. Nein, Steam, ich will jetzt keine Updates machen. Aber wie schnell dein Laptop dann noch hochfährt. Mein TPC braucht wesentlich länger zum Hochfahren. Ja, ich habe ja nicht so viel Crap drauf. Ich schon. Nur das Wesentliche, was dann auch nicht funktioniert. So wie Heroes of the Storm, Diablo, U-Porn, halt der Cashwell-Shit. Scheiße. Aber ich glaube, wenn du reinkommst, ist das Game schon fast gewonnen. Ach, läuft ganz rosig? Mhm. Wir waren jetzt gut am Duplone abgeben, ne? Ja. Duplone, Duplone. Und jetzt haben wir wieder die Kanone. Duplone, Duplone. Das hat sich gereimt, bruh. Das war doch nicht mal. Hashtag Reim-Master. Oh, ich bin aber die ganze Zeit am Abkacken. 2 zu 6. Hashtag Abkacken. Ich glaube, wir müssen gleich noch einmal gegen Bots spielen. Hashtag wir müssen noch mal ein Anschluss. Aber jetzt, jetzt ficken die unsere Base, ey. Ja, ja, ich bin ja gleich wieder da. Ja, dann holen wir wieder. Dein Charakter ist ja auch noch nicht gestorben. Hätte man auch 5-0. So, Heroes of the Storm, Lead. Lead, Lead, Lead. Aber wie blöd die aus unserem Team sind. Der eine ist da vorne, der andere macht nichts. Und ich bin natürlich tot. Oh, du hast wen getötet. Nice. Erneut beitreten. Schwarz Herzbruch. Was für eine Bucht. Die Bucht von... So heißt die Map, Schwarzherzbucht. Die Bucht von deinem Popo. Gibt die Dublonen bei Käpt'n Schwarzherz ab. Das erklärt einiges. Der Aligauner, will mein Mann mit Tanks einnehmen. Bist du auch schon wieder drin? Nö. 40% geladen. Aber du hast uns ja hier mit, ey. Ich wette, mein Bot spielt besser als andere Splasher gerade. Ja. Warum gehen die nicht einfach raus? So, das Server ist in 5 Minuten und 20 Sekunden voraus. Oh, ich hasse das. Das dauert immer so scheißenlange, ey. Bitte haben sie ein wenig Geduld, während wir dich wieder... Sie und dich? Okay. Wieder ein Spielgeschehen einbinden. Dies kann einige Minuten dauern. Bitte nimm dir Popcorn und ein Porno und lehne dich zurück. Danke. Mit drei Es. Nach vier Minuten und 30 Sekunden. Hör mal, jetzt bist du so im Spielgeschehen, ey. Jetzt musst du so straight talken, was so abgeht. Ja, ich blase zum Rückzug an. Okay. Blase zum Rückzug an. Ab Gate triffst du dann irgendwie, ne? Wir haben gerade unseren Boss gemacht, also diesen Boss da, und der hat gerade die Zitadelle von denen angegriffen, und da ist 25, also 26% weg. Ah, geil. Mhm. Und wie lange dauert das bei dir noch? Du hast 8-0. Vier Minuten und 20 Sekunden. Boah. Ich glaube, vorher haben wir gewonnen. Das wäre natürlich nice. Und dann, wenn wir den nächsten Part aufnehmen, geht der Laptop wieder aus. Das wäre scheiße, ey. Mhm. Alles hat ein Ende. Nur ein Montag mit Kippenboy nicht. Warum leckt das gerade bei mir? Es leckt, weil du zum Rückzug geblasen hast. Hahaha. Alter. Boah, Alter, verlassen viele das Spiel. Noch vier Minuten. Da bin ich da. Alter, warum leckt das so rum? Kann fast gar nichts mehr machen, ey. Kann man hier irgendwo seinen Ping sehen? Unten rechts, wenn du auf den Computer gehst, da glaube ich, da kannst du deine Latenz hin. Hä, wo? Ah, ne, ich war gerade in Diablo. Und bei WBW ist das auch so. Ja, aber hier ist ja auch so. I have no idea. Try it with the German Kundenservice. Was? Ja, ich bin gerade auch hier rausgeflogen, ey. Einmal kurz. Ach, macht er bei dir jetzt auch erneut verbinden? Ne, der hat ja einmal kurz Internetprobleme gehabt. Aber noch 12% hat die andere Zitadelle. Ja, dann ist das Game eher gewonnen, bevor ich wieder drinne bin. Ja. Ist natürlich nice, Franz. So mache ich immer easy to play. Ich rette dann immer mal eine Gruppe, in der ich gar nichts tue. Das ist voll mein Ding. Ich werde auch dafür immer geliebt. So, yo, Don D, join mal, dann kannst du wieder disconnecten. Und ich so, yo, mache ich. Und fertig. Nice, gut. Danke fürs Zuschauen. War cool, dass du wieder dabei warst. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch und ciao.